Die Mineralekartusche ist so konzipiert, dass ich sie nach jedem Wasserfilter oder jeder Osmoseanlage anschließen kann. Bei der Slim ist sie schon im Zubehör dabei. Ich kann sie aber auch einzeln kaufen, um das Wasser einer Osmoseanlage kontrolliert wieder mit Mineralien anzureichern, den pH-Wert zu erhöhen und das Wasser mit Wasserstoff anzureichern. Zum Einbau stelle ich als erstes das Wasser ab, ziehe den Stecker der Osminian Slim aus der Dose und mache mir ein wenig Platz. Dann lasse ich am Wasserhahn den Druck ab, damit ich den Schlauch aus dem Quick-Fitting bekomme. Nachdem ich einen guten Platz für die Kartusche ausgewählt habe, stecke ich jeweils einen Bogen auf ihren Zu- und Ablauf und platziere die Schellen zur Halterung der Kartusche. Aber für den Gourmet oder für den Luxus würdest du, wenn das Geld hier mal egal wäre, schon für die Mineral-Shuttle-Kartusche wahrscheinlich entscheiden, oder? Sonst wäre es nur Wasser. Ich trinke nur das. Ja, das ist dann irgendwie so krickelnd. Irgendwas ist angenehm. Also fühlt man sich schon sehr gut dabei. Ja, also alleine vom Gedanken her, Osmosewasser zu haben, was durch eine gute, gescheite Osmose durchgelaufen ist und das dann halt nachher nachzumineralisieren mit der Mineral-Kartusche, dass halt ein gescheiter pH-Wert dabei ist und das Wasserstoff drin ist. Das macht geschmacklich am meisten aus, dass es halt so frisch ist. Das ist dieses frische, süffige, was nicht im Magen stehen bleibt. Googelt nicht. Anderes Wasser bleibt so stehen und googelt. Das ist so meine Erfahrung gewesen jetzt im Laufe der Jahre. Ich entferne den Schlauch vom Wasserhahn und stecke ihn in den Eingang der Kartusche. Vom Ausgang der Kartusche zum Wasserhahn, lege ich ein neues Stück Schlauch. Die Mineral-Kartusche hat übrigens eine Flussrichtung, die durch Pfeile markiert ist. Nun öffne ich die Wasserzufuhr des Slim wieder und stecke den Stecker wieder in die Steckdose. Oben öffne ich den Wasserhahn und es sprotzelt kurze Zeit grau aus dem Hahn. Das ist Aktivkohlenstaub von der Herstellung. Nachdem das Wasser klar geworden ist, trinke ich es. Das sind Rückstände von der Mineral-Kartusche. Jetzt habe ich gefiltertes Wasser für meine Blumen und nachmineralisiertes Osmosewasser mit Wasserstoff für uns zum Trinken. Schaut euch das an, die Bläschen, das ist Wasserstoff. Das ist alles, was ich heute für euch habe. Das ist alles, was ich heute für euch habe. Erst mal זה. Untertitelung des ZDF, 2020